servus hier ist der martin guten morgen heute ein kaffee aus der simsontasse ja es ist schon halb elf aber ich war schon um sieben unterwegs habe schon gefrühstückt und es ist jetzt einfach mein zweiter kaffee ja heute soll es um die ankündigung von der nbw gehen um den größten öffentlichen schnellladepark europa so wird es genannt es ist jetzt ein bisschen spät gell jetzt weiß es ja auch schon jeder es ist ja jetzt auch kein kein news kanal der immer dass das neueste berichtet sondern wie ich es empfinde der markus der mache vom schnellladepark app da hat mir das auch schon ja ich glaube sehr zeitnah auf mich informiert dass es da ist und ja ich habe gedacht was würde ich dafür ein video drehen lieber wirklich hinfahren würde es auch filmen um zu zeigen deswegen habe ich das im hinterkopf dann mal so weggeschoben und dann sind mir so ein paar sachen habe ich mir überlegt ladepark 52 stück und wollte da eigentlich mal ein bisschen bisschen rum kritisieren und ich wollte mal gucken wo der denn überhaupt genau ist also auf google maps auf der landkarte dass man da mal genau sieht okay wie ist die lage was sind es für restaurants die da um außen rum sind und was ist es für eine gegend und so wird mich einfach auch mal auch mal interessieren habe ich bei den anderen ladeparks auch schon gemacht bevor ich hingefahren bin bei den bei den großen ja ich muss vorweg nehmen geld meine kritik läuft ins leere also scheint alles hier richtig hand und fuß zu haben ja das eine war wie ich gelesen habe bis zu 300 kilowatt ja dann kann mal ja denken 52 stationen mit 300 kilowatt und da steht bis zu das könnte dann alles sein da könnten ja dann 51 stationen stehen mit mit 11 kw und eine mit 300 kilowatt dann wäre es alles bis 300 kilowatt das könnte aber auch genauso sein dass alle 300 kilowatt hätten ja aber wenn man dann die pressemitteilung genau liest ich benze euch mal mal ein klack hier steht es mit bis zu 300 kilowatt aber weiter unten ich weiß ob ich es gleich finde naja also irgendwo in diesem text steht er doch das in einem halben jahr über 50 autos schnell laden können ja wie schnell laden definiert vielleicht größer 50 oder so aber also 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 so wie ich die nbw kenne die baut ja überall eigentlich so eine kombination oder so 75er 150er 300er und ich denke so werden sie es dort auch machen ja es macht einfach überhaupt keinen sinn nur 300 dahin zu stellen weil so viele autos gibt die da gar nichts mit mit anfangen können das wäre ja es wäre einfach eine sinnlose investition es sei denn die dinger sind auch nicht teurer wie die anderen ich weiß es nicht so von außen sehen die ja immer alle sehr gleich aus und wenn es da drin nur geringe unterschiede gibt dann sagt vielleicht die nbw ja dann komm lass uns gleich die groß nehmen das ist einfacher mit beschaffen mit der installation mit der koordination mit erwartung da müsste unterschied aber wirklich klein sein und wenn da richtig ein fetter unterschied ist vielleicht 10 20.000 und es geht um 30 stück ist das ist ja schon als beispiel um 30 stück ist es ja schon ein fetter betrag aber also hier läuft mein argument ins leere die bauern da bestimmt nichts billiges in einem halben jahr über 50 autos gleichzeitig schnell laden ja das ist ein wort das andere ist das ist mit dem selben satz hier schon völlig ausgehebelt weil ich habe gedacht macht es überhaupt sinn so ein ladepark aufzubauen ja ihr wisst ich lebe hier in baden württemberg hier bin ich im paradies der ladeparks ich fahre an einen hin ja wo acht stück stehen mein wegen da bin ich oft alleine vielleicht ist ein zweiter da also diese investition der ganzen säulen macht aus also wenn es mein geld wäre gar keinen sinn ja selbst in dem schönen flagship lage ladepark in rutesheim von nbw wie ich da war waren da maximal einmal drei autos und er hat acht ladeplätze ja kann man erweitern und jetzt denke ich mir mensch wenn man jetzt so was mit 52 macht ja und es kommen nur fünf autos ja dann steht da einfach viel viel rum und deswegen wenn die so schlau sein und werden da wohl erst mal einfach vielleicht zehn installieren dann ist es ja auch ein riesen ladepark und wenn dann bedarf ist einfach die nächsten zehn hinstellen und so weiter so dass man das bild gestaffelt macht aber dieser satz hier unten ich blende noch mal ein der hebelt es ja auch genauso aus in rund einem halben jahr über 50 autos gleichzeitig laden das heißt wenn hier eine ausbaustufe geplant ist 10 20 30 40 50 dann ist die in diesem halben jahr ja eigentlich auch schon fertig und das ist ja ungefähr der termin wo hier genannt wird dass es an denen dem bereich also wo war es trittes viertes quartal irgendwie soll er schon fertig sein und soll dann hier in betrieb genommen werden und dann sind da diese diese autos ein weiterer kritikpunkt wo ich wo ich hatte ist ja macht es in ein ladepark mit 52 wäre es nicht schlauer einfach zehn zu machen oder mit fünf oder zwölf mit vier damit die dort alle ein bisschen verteilt sind ja und ich glaube nbw hat da die schlauste und einfachste antwort überhaupt ich gehe mal hier auf die wbw schnelladepark.app und das ist hier die gegend ich habe hier links angekreuzt schnell ladeparks im bau anzeigen und dann sieht man mal da oben also ich habe nicht irgendwie gefiltert dass nur nbw angezeigt wird sondern fast alle die hier oben gebaut werden also mit oben meine ich jetzt von mir aus ist es immer oben düsseldorf wuppertal wuppertal ist schön essen essen ist auch schön herne dortmund hagen ja in der gegend also das das dieses großraum dortmund ist das neue baden württemberg glaube ich also das sieht ja dann bald besser und toller aus wie bei mir also all diese diese gelben baustellen schilder hier heißt dort wird ein ladepark gebaut von nbw das erkennt man in dem logo hier oben ist noch ein ionity dabei aber sonst ist da auch nichts anderes also und hier sieht man auch den mit den 52 der neue man kann es ja mal schnell anklicken was da für eine info ist im bau geplante öffnung q 21 einfach mal exemplarisch ein mit vier mal anklicken noch nicht in betrieb ja dann ist ja vielleicht schon gebaut und die anderen ja da steht über alles was ähnliches und hier sieht man auch sehr schön das mix ne also hier sind vier ladepunkte und es sind zwei 300er und 150er vielleicht wird das auch hier sind vier 300er 300 300 150 150 also habe ich vorhin quatsch erzählt ne der hier ist einer mit 75 also relativ bissel quatsch nur also das sind so die die charger wo nbw aufbaut 75 150 300 und so und mich könnte ich mir dann da auch vorstellen wo diese zwei ah ne hier steht hier steht 52 mal 300 kw seht ihr ist der ganz links also weiß nicht wer das da eingetragen hat vielleicht hat er ja bessere informationen wie wir denn dann wird es ja wirklich eine coole nummer so und jetzt gucken wir doch mal wo der ladepark ist da gehen wir noch mal auf die pressemeldung und da ist ja dieses dieses bild wer es noch nicht kennt da habt ihr alle schon gesehen der der stefan von next move hat darüber berichtet ich finde es aber auch sehr geckig dass hier sessler cyber truck steht und wenn man genau guckt dann stehen ja da hinten auch noch mal welche und dank dem chrome browser kann man da ja ein bisschen rein zu zb richtig fett rein zu also ich finde es ist ja eine schön schön gemachte grafik da kann man sich richtig was runter vorstellen hier unten sind die die cyber trucks dann ist irgendwie überhaupt dessen stromkasten ist den finde ich ziemlich klein für so viele stationen würde ich vielleicht auch gar nicht da machen würde ich eher dann da hinten irgendwo verstecken und ob das die toilette ist glaube ich auch nicht vielleicht ist es eher das große die toilette na ja keine ahnung ich glaube darum geht es ja hier bei so einem bild ja auch noch gar nicht da wollen will man sich ja nicht streiten wie die striche auf dem boden gepinselt sind sondern das geht ja hier um gesamt eindruck so aber wenn wir hier noch ein bisschen rein zu und das ist ja sehr nett hier dass enbw das bild und zur verfügung stellt in so einer guten qualität dann sieht man hier links ich weiß nicht ob ihr es lesen könnt übers lesen könnt über youtube hier steht k klas ja also vielleicht erkennt man es ja auch schon an am logo und an den farben also hier ist eine k klas niederlassung und was kann man noch erkennen man sieht hier auch ein kreisel oder so eine zumindest eine kurve oder ladepack stehen soll und hier steht auch noch mal so ein einzelnes häusle ja und wenn ich jetzt hier mal auf google maps gehen und da habe ich direkt schon kaffee trinken einfach mal hier kam einer kreuz eingegeben und karlas und dann kommt auch dieser karlas hier als als treffer dann kann man mal ein bisschen rein zu so und dann sieht es ja alles schon so gut aus denn hier kann man super toll erkennen jetzt was hier in der auflösung was da noch alles ist es ist hier ikea pizza hat pizza hat geld nicht pizza hut pizza hat will was und wenn man noch weiter rein zu dann erkennt man irgendwann auch und mcdonald und so ich habe nämlich schon geguckt aber gehen wir mal auf die auf die die satelliten ansicht und gucken ob man da wirklich richtig sind ob man die sachen erkennen die da auch auf dem foto waren so ich zu mal ein bisschen rein dauert hier immer zu künchen wenn ich gleichzeitig das video aufnehmen noch ein bisschen rein noch ein bisschen rein so jetzt warten wir noch zu künchen bis er die hochauflösung bilder nachgeladen hat die ja da kommen sie ja schon danke google maps was für eine sinnvolle anwicklung hier oben kann man schon sehen hier ist das mcdonald's und dieser große parkplatz der gehört zur ikea hier ist ein kentucky fried chicken und hier ist der pizza hut und hier ist eine waschanlage und hier ist der atu und wenn man jetzt hier mal so guckt und das mit dem foto vergleicht dann ist hier quasi das auch sogar schon schon betoniert ja wo wo das wo diese ladestation diese neue hinkommen soll ja also sieht so aus wie wenn das hier der parkplatz wäre vielleicht von dieser dekra automobil von der dekra hier halt dass denn die idee dass die den vielleicht gar nicht mehr brauchen dass die dekra umzieht oder wie auch immer und dass hier dann der der ladepark hinkommt hier ist auch ein kreiser erst vielleicht nicht ganz oder ich gehe noch mal aufs foto hier ist dieser parkplatz guck an also der parkplatz dann ist das hier die dekra das ist dieser kleine den schon gibt und es ist dann nebendran ja nebendran sollte es dann sein also noch mal hier aufs bild zurück das heißt hier wo noch nichts ist ja dann passt es auch besser im kreisel also hier wo jetzt die maus hektische bewegung macht ja hier kommt es hin also auf die grüne wiese also nicht auf den kleinen parkplatz sondern es hier auf die grüne wiese da kommt es dann quasi hin zumindest wenn man die grafik von nbw da hier so rein interpretiert so was gibt es hier noch sackgasse hier ist die deutsche post abholmarkt ich glaube dass das für uns wir kaufen dann auto ist hier also ist ja so ein schönes eck eigentlich also ich bin das hier natürlich sehr gut mit kentucky fried chicken des mcdonalds ja ich kann schlecht schätzen aber mir wäre es zu weit mcdonald wir wissen ja zwei big mac essen dann hat man 18 kilometer pro big mac geladen müsste ich ja woanders machen hier müsste es hier erst holen und dann zum laden fahren ja aber hier mal schnell rüber laufen zum pizza hat das das wird gut gehen und sieht so aus wenn sie sogar ein außenbereich hätten ja und die haben hier auch im außenbereich die oisteria das heißt was will ich da überhaupt mit schnell laden da kann man hingehen kann gemütlich laden und kann da überall was essen also ich finde es wirklich sehr sehr schön hier von der von der lage her es ist alles in der nähe bei uns gibt es auch so gebiete gibt es in jeder stadt was fehlt ist diese ladestation so und wie ist es denn wenn ich jetzt von der autobahn komme ich sag mal all diese unternehmen können nicht irren ja also wenn es mcdonalds irgendwo aufmacht dann kann man immer davon ausgehen dass es auch gut zu erreichen ist und das heißt hier ist die die autobahn die 1 und wenn ich von unten kommt von süden kommen fahre ich hier ab und dann hier runter und darüber und dann ist es hier also das ist nicht weit und dann wahrscheinlich auch vielleicht hier eine ampel vielleicht da eine ampel vielleicht zwei ampeln und wenn ich von der anderen richtung komme von noten dann muss ich hier runterfahren ein bisschen länger ist die entfernung dafür ist es dann wenn ich wieder zurückfahre nach genau dasselbe weg also es hält sich ja definitiv im grenzen natürlich sind die ladepark sie direkt am autobahn rasthof sind immer ein bisschen schneller zu erreichen aber das hier geht geht ja wirklich geht ja wirklich gut so und wo ist jetzt dieses kreuz überhaupt das heißt da fahren wir mal noch ein bisschen raus dann fahre ich dann mache ich aber wieder die andere an sich nicht die karte so irgendwas muss doch in der nähe sein dass man hier 52 ladestationen baut oder ja ist es vielleicht geschuldet den den ganzen essens dingern wo da sind dass man sagt das reicht eigentlich schon aus also ich glaube es ist wahrscheinlich ihr einer der der ruten vielleicht für für die niederländer dass die da wenn die aus niederlanden kommen und irgendwo hinfahren gucken wo ist es denn also da tappt sich noch ein bisschen im dunkeln ja ich meine da sind haufen gute tolle oder sind haufen restaurants wo man essen kann aber ob die diese 52 lade sollen voll machen haben werken guck mal das ist doch alles nichts als es dortmund das ist schon groß aber die fahre nicht dahin zum laden ja die a1 wo kommt überhaupt her naja aschberg dülmen ist es schon naja also da ist wohl nicht nicht gleich die münster acht guck bielefeld ist da oben naja ok jetzt bin ich auch wieder besser orientiert hier hier ist ein anderes land ja ok und das heißt die leute die hier rüber fahren ja die fahren doch alle eher so also ich weiß es nicht genau doch hier ist vielleicht schon so eine hauptstrecke vielleicht also wenn du es weißt warum jetzt man genau hier diesen riesen ladepark bauen sollte dann gibt man doch eine information weil ich denke könnte hier oder weiter links oder weiter rechts auch genauso gut aufgehoben sind also meine kritik läuft ins leere und ich bin auch froh drum ich freue mich über so einen großen ladepark und wenn der ein bisschen näher wäre dann würde ich ja am liebsten auch mal hinfahren und den baufortschritt beobachten aber es macht bestimmt der kollege wie heißt er denn vom dann sei block der macht ja da auch der ladepark beim becker schüren hat er oft besucht das war immer sehr interessant ja und naja aber wenn man mal nach münster fährt dann kann man dort laden so das war schon und dann hören wir uns einfach morgen wieder und sehen uns morgen wieder tschüss